Profus war ein Hund. Er lebte mit seiner Familie auf dem Land, in der Nähe von ruhigen, großen Feldern und grünen Wies. Ein Museum ist ein Ort, wo Kunst und andere Schätze aufbewahrt und ausgestellt werden. Klingende Geräusche. Tippe auf das Wort, das sich so anhört. Hupen. Super! Hupen hört sich so an. Hupen. Hupen.